Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment mal, Diego sagt, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Rück die Karte raus, oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Schöne, komm. Dann kommt es für ein Schöne. Schöne, langweil, 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 langweil. Von der Karte, und ich will keine Schöne. Aber ich spiele mich in Ruhe. Und daher, wenn wir in Ruhe machen, wir können hier die Karte einfach frei vertreten. Vielen Dank.